Jo, da sind wir wieder zurück zu Tales of the World. Und es geht weiter im Wasserpalast, wollte ich sagen. Jo, wir sind hier richtig, im Thief's Hideout. Was, Inspect? Ja, schön. Machen wir Magie an. Äh, Magie. Was war das denn? Cool. Wow, die hatten ja mal gar nichts drauf. Wen habe ich noch mit? Ach, Klaas. Heilen, ich kann heilen, ne? First Aid, genau. Yes, ich kann heilen. Was kann ich noch alles? Lockpicking und... Ah, wundervoll. Hier sollen überall Fallen sein. Hallo, gehen wir weiter. Hier sollen einige Fallen sein. Und wer bist du denn? Ah, cool. Nur wenn ich einen Dieb, also irgendeinen Diebberuf habe, darf ich hier durch. Na ja, ich bin ja auch ein... Ha. Falle ausgewichen. Wundervoll. Grappler. Begrabschau oder was? Was? Whirlwind. Warum kannst du schneller casten als Sui? Ich verstehe das nicht. Inspect. Warum macht sie Inspect, verdammt? Du sollst angreifen. Jawohl. Firewall, genau. Verbrenne den alten Mann. Alex-Shooter. Elektro. Aha. Interessant. Briegt ihm aber nichts, weil er tot ist. Was haben wir da drin? Voltix Fort. So, hier ist... Ne, gucken wir uns erstmal links um. Da ist noch ein Tür. Hm, shit. So. Ich habe Gewürze geklaut. Whirlwind auf mich. Ih. Töööö. Sicher kommt was ab. Moment. Ich werde erstmal den Typen hier tot machen. Da kann ich die alle hier rüberziehen. Hm, Sui geht es gerade nicht so gut. Sie macht dafür aber Inspect, anstatt mal nochmal anzu... Oh, ho, ho. Hallo. Wie viel hat er denn jetzt? Verdammt, jetzt habe ich nicht drauf geguckt. So. 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 Wo hast du? Was war das, Kollege? Na, 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 na. Jawoll, Ifrit. Verbrenne dieses Arschloch dahinten. Yes. Und der ist auch weg. So, wieder heilen. Ich benutze ja mal eine TP für sonst nichts. Äh, doch, TP. So. Und rein da. Natürlich. Ich beherrsche Schlösserknacken. Damit kann ich überall rein. Hm. Jetzt bin ich schon wieder... Jetzt bin ich schon im dritten Stock. Holala. Und ich sehe gerade meine Lieblingsgegner. Die Rockwitch. Die kennen wir ja noch. Aus den Tenebrus-Minen, ne? Evrit. Verbrennen sie alle. Na, würde das geht doch. Weg mit euch. Tofu. Hm, ja. Was haben wir hier? Hm, dann muss ich das Wasser abstellen. Da ist wieder so eine Tür. Okay, dann machen wir erstmal das Hexchen hier zu Ende. Äh, tot. Wow, ziehe ich viel ab. 1950 hat der. Oh, jetzt macht der Teleport wieder. Kommt der jetzt hier runter? Nö. Schöner Teleport ist mir das. Hey, go, rend dann. Wow. Die Attacke war nicht schlecht. Evrit. Boom. Verbrenne ihn. Und den anderen auch. Yeah. Eine Kugel hat er schon gereicht. So. Ähm. Ha. Fall ausgewichen. Ich hab's drauf. Okay, hier ist er nicht. Oben musst du das Wasser ablassen. Also guck ich im unteren Stock weg nochmal nach. Da ging's ja rechts oben weiter, wo ich dachte, nö, da geht's nicht weiter. Na, 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 na. Alter Mann. Schön hier geblieben. Du machst nichts. Ich hau dich erst tot. So. Dann können wir wieder wechseln. So, Sui, du darfst anfangen zu casten. Am besten sowas mit Evrit. Naja, Firewall geht auch noch. Jo, Firewall tut's auch. So, jetzt das Schwert. Und. Yes. Gewonnen. Und Sui hat schon wieder eine Menge abbekommen. Ja. Aber viel verschwindet ja nicht. So. Okay, dann gehen wir mal doch nach da oben rechts. Vielleicht ist ja da was. So, machen wir's mal schnell. Sui. Evrit. Auf den alten Knacker. Bevor er irgendwas antut. Yes, Evrit. Niii. Boom. Toll. Der alte Mann hat den... Der alte hat davor... Nein, nicht der alte. Der Junge hat den alten beschützt. Aua. Was kommt jetzt? Eruption. Wenn der auf dem Boden liegt. Das ist ja ganz fies. Oh, hat genau gereicht. Find ich gut. Und Level ab. So. Jetzt hier nach rechts. Wollte ich hier erstmal nicht hingehen, aber... Ha. Schon wieder Fall ausgewichen. Muah. Haha. Ich hab's drauf. So. So. Was kommt? Evrit. Genau auf da, wo drei Leute sind. So. Erstmal die beiden weg. Na doch nicht. Schade. Warte, ich mach dich erstmal weg. Was kommt jetzt? Evrit. Yeah. Und beide weg? Jawoll. Evrit bringt Zedrin richtig gut, finde ich. So. Erstmal dahin. Zur Tür. Was bist du denn? Noch weiter oben ist er. Sag mal. Was tust du da oben? Äh, hier drinnen. Wo auch immer. Ha. Jetzt haben wir... Jetzt haben wir euch mal von hinten erwischt. Firewall. Ah, schön. Alle auf einem Haufen. Ne, doch nicht. Ähm. Ich kann mal gerne wissen... Leonis, was tust du hier drin eigentlich? Hast du nichts zu tun, oder was? Evrit. Keine Hobbys. Und brichst dich einfach in das Diebesversteck ein. Ähm. So. Weg mit dir. Evrit. Natürlich. Das hört man direkt raus. Wann Evrit kommt und wann nicht. Weil die Kassheit für Evrit ist höher. Also hört man länger dieses... So, hier ist auch nichts. Also, höheres Stockwerk. Gut. Dann gehen wir mal hier weiter. Okay. Ich war also vorher schon richtig. Und zwar sogar richtig, richtig. Aua. Was war das denn? Hallo? Hört auf mir weh zu tun. Ich mag da keine Schmerzen. Boom. So. Weg mit dir. Aua. Hä? Was war das? Achso. Er hat das eine... Das Mädel kaputt gemacht. Evrit. Boom. So. Weg mit dir. Und... Weg mit dir. Gut. Machen wir eine kleine Änderung im Team. Nach... Erstmal hellen wieder. Ähm. Oder. Packen wir hier mal ein bisschen rein. Ein bisschen mehr Magie. Geht vielleicht schneller. Okay. Ähm. Da ging es nicht weiter. Genau. Da fehlt... Da muss ich mir das Wasser ablassen. Also links. Ähm. Immer gehe ich den falschen Weg zuerst. Was? Achso Gnome. Ach ja. Diese kleinen Lemminge hier. Boom. Oh. Ähm. Ähm.